So sieht der Sommer in Altenberg aus. Schwimmen, Fahrradfahren, gemütlich wandern. Und so der Winter. Oder wollen Sie es lieber etwas gediegener angehen lassen? Auch im Winter lohnt sich Wandern. Oder die Mischung mit Wintersport. Langlauf. In der Region gibt es über 80 Kilometer Läupe. Zum Aufwärmen nach dem Wintersport gibt es traditionell die Altenberger Kräuterliköre, noch von Hand hergestellt. Wir ziehen unsere Kräuter, Blütenblätter und Wurzeln von Hand aus und mischen die, lassen die reifen zu einem Grundstoff. Der Grundstoff wird dann nach ca. einem Dreiviertel bis einem Jahr weiterverarbeitet. Und es entsteht der klassische Gebirgsbitter, auch ganz liebevoll hier in Altenberg Heimaterde genannt. Schnaps ist lecker, aber nicht für Kinder. Die haben dafür hier ihren Spaß. In der Joki-Ahorn-Kinderwelt. Generell spielen im Ahorn-Waldhotel Altenberg die Kinder eine Hauptrolle. Darauf ein High-Five. Aber egal, ob Sie im Winter oder im Sommer nach Altenberg kommen, das Ahorn-Waldhotel ist für jeden Urlaub die passende Unterkunft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017